Das ist Frau Müller. Sie ist etwas in Eile, denn ihr Unterricht beginnt gleich und sie möchte vorher noch etwas kopieren. Und zwar aus diesem Buch. Darin sind einige Matheaufgaben, die ihre Schüler rechnen sollen. Herr Schulz druckt gerade etwas für seinen Deutschunterricht in einer 10. Klasse. Das sind aber eine Menge Seiten. So viel dürfen Sie aber nicht kopieren, Herr Schulz. Ich habe keine andere Wahl. Ich bin doch das schlechte Beispiel. Ach ja, hatte ich ganz vergessen. Frau Müller, Ihr Auftritt. Als Lehrkraft darf man natürlich nicht beliebig viele Seiten kopieren. Folgendes ist zu beachten. Höchsten 20 Seiten bis 10% des Gesamtwerks pro Jahr und pro Klasse. Sollte ich dennoch mehr Seiten benötigen, kann ich mir dafür eine Lizenz von dem Verlag besorgen. Und niemals die Quellenangaben vergessen. Danke, Frau Müller. Wenn Sie, werter Zuschauer, noch mehr Informationen benötigen, besuchen Sie bitte folgende Internetseite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020